Hallo Leute, heute möchte ich euch in einem ganz kurzen Video zeigen, wie ihr unnötige Reparaturen an jeglichen Apple Geräten mit Lightning Anschluss vermeiden könnt. Es ist nämlich oft das Problem, hier an meinem iPad Air 3 demonstriere ich es euch. Ich stecke das iPad zum Laden an und wie ihr seht, es lädt nicht. Das Problem habe ich ab und zu beim iPhone sowie beim iPod, iPad und allen anderen Geräten mit Lightning Anschluss. Ein Freund von mir hatte dasselbe Problem, er hat es in die Reparatur gegeben, ihm wurde die Ladeboxe getauscht, kostenpflichtig und in den meisten Fällen unnötig. Denn beim iPad, je nach Gebrauch, auch beim iPhone sammelt sich im Ladeanschluss einfach Staub und Flusen und diese verhindern dann, dass ordentlich geladen werden kann. Es gibt einen ganz einfachen Trick, ihr geht einfach, ganz wichtig mit einem Zahnstocher aus Holz, auf keinen Fall mit irgendeinem metallischen Gegenstand, weil dann gibt es einen Kurzschluss. Es ist möglich, dass es mit metallischem Gegenstand einen Kurzschluss gibt. Also definitiv Zahnstocher, ihr geht vorsichtig hinein in den Ladeanschluss, dann ganz leicht nach oben, nach oben, nach oben raus und hier kommt schon der erste Dreck. Also wie man sehen kann, eindeutig Dreck und Staub vorhanden. Gehen wir weiter. Oh ja, hier ist wie gesagt ordentlich Flusen und Dreck drinnen. Die andere Seite auch noch. So, scheint es gewesen zu sein. Ganz kurz ausblasen. So, jetzt scheint der Anschluss frei von Dreck zu sein. Wie man hier sehen kann, es ist ordentlich Flusenstaub drinnen gewesen und jetzt probieren wir das, ob es das gebracht hat. Also, selber Versuch, anstecken zum Laden und es lädt einwandfrei. So, nochmal abstecken, anstecken. iPad wird geladen. Problem mit einem herkömmlichen Zahnstocher behoben. Wie gesagt, bitte, bitte beachtet, dass ich habe so oft erlebt, dass Leute mit der kleinen Nadel, wo man die SIM-Karten wechseln kann, hier unten rum gepolt haben. Aber das Gegenstück sieht ja auch so aus, wie hier dieser Radestecker. Und wenn ihr da zwei Pins mit der Nadel berührt, dann macht es Peng und die Pins am iPad oder iPhone oder sonstigen Geräten, sind dann durchgeschmollt und dann ist erst recht eine teure Reparatur nötig. Nehmt einfach einen Zahnstocher. Der soll einfach nur trocken sein. So, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte manchen damit helfen. Probiert es einfach mal aus. Nehmt das iPhone aus der Hülle, aus der Hosentasche raus. Ich bin mir sicher, bei jedem zweiten wird wirklich ein wenig Dreck und Flussen drin sein. Macht es einfach ein bis zwei Mal alle paar Monate und ihr habt nie Probleme beim Laden und somit hoffe ich, dem einen oder anderen geholfen zu haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf YouTube abonniert. Ich stelle immer wieder DIYs und Videos mit Tipps und Tricks ein. Ich freue mich. Danke. Ciao.